Es ist die letzte Runde, scheiße. Ich muss gerade sagen, warum kommt denn hier ein Boss an? Naja, Türme. Warum rechnen wir jetzt gerade schon? Oh mein, hier. Abgang. Oh, ich darf hier die Tür mal auf. Oh, Mann, wie ein Volk hier mal. Manchmal leuchtet das so hell, dass siehst du die Gegner gar nicht mehr, ne? Aufgelevelt. Nice. Drei Aufladungen. Geil. Das ist egal, ich bin jetzt mega. Äh, vielleicht auch nicht. Von allen Seiten komm ich jetzt. Lass mich doch hier raus. Oh, fast tot. Auge fast. Uff. Der wird ja gerne hin, aber... Arsch. Kann gut reden, ne? Der sitzt irgendwo in so einer Basis. Habe ich denn hier schon wieder getroffen? So ein Schuss. Nein, kommt Bigfoss jetzt. Klar kommt Bigfoss. Klar kommt Bigfoss. Ich weiß nicht, dass ich da. Nein, 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 nein. Äh, halt um. Das war aber nicht der Entgüge. Nein. Das wird nicht der Entgüge. Ich habe meine Quests nicht erfüllt, leider. Schade. Ich bin ein neuer Dwarf! Jetzt drunter. Nur eine Waffe, um die Dreadnought zu verbreiten. Destroi ihre Kokoons. Kill sie alle, Miner. Das ist nur ein Töten. Schau ihn in die Hände! Wollen wir ganz schnell das nächste Loch finden. Ach, ein Loch. Nein, mein Gott. Auch wieder Filter oder was. Das funktioniert! Alles weggemäht. Letzte Ei finden. Oder das kleine. Das nehmen wir noch mal mit hier. Komm mal! Oh! Oh! Ich lade mich doch gerade auf. Soll ich angreifen. Oh, der Land. Hab ich das gerade übersehen? Klimmer. Ding wird zu packen. Oh, der ist ein Geschütz, ey. Der ist ein Geschütz, ey. Ich hab das Ei entdeckt. Nee, das ist das große Ei. Wo oben links. Da unten. Wie ist es das? Okay. Ja! Oh! Oh! Wegen Damage hab ich jetzt gerade was freigeschaltet. Nice! Der große da auch schon draufgegangen. Schein, ne? Oh ja. Der große Boss kommt jetzt gleich, alleine. Oh scheiße. Der wird mich umhauen, wenn ich hier drin bleibe. Oh nein, er haut mich jetzt um. Danke. Fast tot. Ah toll. Du bist du hast. Du bist du hast mit dem Tür. Oh ja. Oh ja. Da. Ja, einen R Join. Oh ja. Der ganze noch so los. Oh ja. 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 Oh, Mann! Schatz ist nicht stark genug. Leider keine Leben mehr, die ich hier finde. Oh, das war kein guter Plan. Glücklich. 16 AP, ich bin gleich tot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein! Ich glaube, wir haben gar keinen Zucker mehr hier. Das ist nur ein bisschen durchhalten. Wäre ich mal nach unten gelaufen. Da hatte ich Platz. Eingelegtes Nitra? Es wird jetzt hier gefunden werden. Das Stummelchen können wir jetzt übertakten. Sehr gut. Das müssen wir eigentlich mal mit den anderen Klassen weitermachen. Ne? Es ist immer okay. Hazard 2? Aber wir nehmen den Schützen, den müssen wir auch noch freispielen. Big Daddy come. Der hat mich gepenetet. Ja, der hat mich gepenetet. Das ist so eine lange Nachladezeit, ne? Muss ich jetzt echt aufpassen. Mehr Schaden hiermit. Dann ist langer nach. Das dauert ewig. Oh, oh. We got supplies ready for you. Clear the landing zone of obstacles, please. I just became a better dwarf. Oh. Oh. Und beladen nach. Eine Granate randvoll mit Kugeln. Die ist neu von dem. Die kenne ich auch noch nicht, ne? Schnell voll war für die... Ah doch, die hinter die schießt. Die kennen wir doch. Stummig hinter der auch. Ich dachte, ich bin tot, weil ich mir auf den Kopf geknallt ist. Dann wär's jetzt gewesen, oder? Ich bin tot, weil ich mir auf den Kopf geknallt habe. Versuchen wir jetzt erst mal unsere Quest-Gegenstände. Was ist das? Ah, oder Gold. Gold nehmen wir auch. Gold nehmen wir auch. Das Spiel wird auch nicht langweilig irgendwie, ne? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Digga, geh weg. Ich muss noch mal ein Pflänzchen finden. Drei wollen wir noch. Ah. Ah. Und noch eine. Ich denke, jetzt sind wir schon am Rand hier. Well done, you got them all. Haben wir.